Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gucke, ob auf der anderen Seite die Kugel wieder rausgekommen ist. Das ist wichtig, wegen der Infektion. Sonst eitert das ganz eklig. Es ist immer so, dass wir nichts tun können. Ich bin einfach weggegangen. Nick, Pete, Alvin und Becca, Carlos, Sarah... Du kannst dich nicht schuldigen. Es war nicht deine Schuld. Nein, nicht komplett. Ich könnte mehr gemacht haben. Und das ist nicht für die Debatte. Ich weiß es in meinen Händen. Und ich muss mit ihm leben. So geht es uns allen. Jetzt erzähl mir mal, warum wir damit klarkommen und du nicht... Wir müssen darüber reden. Es ist wichtig, darüber zu reden. Ja, es ist ja schön. Er hat sich mir anvertraut. Und ich wollte... Ja, genauso wie unser Gespräch. Das sind psychische Wunden, die geheilt werden müssen. Und das kann man, indem man darüber redet. Jetzt wird er sich uns nicht mehr anvertrauen. Super. Ich dachte, wir gehen mit Alvin, Junior. Was denkst du? Rebecca hat gesagt, dass sie ihn Alvin gerne hätte, wenn es ein Junge wäre. Ich meine, Rebecca war so weit weg, dass sie nicht auf seine Namen hat. Ja, ich mag es. Alvin, Junior ist es. Du magst das? Ich denke, AJ hat das Wort. Ich denke, dass ich da bin. Ich denke, dass ich gut bin. Ich habe es vorhin gesagt, zu Bonnie. Ich verabschiede deine Bandsche. Richtig. Das war keine Frage. Ja. Das wird wehtun. Nimm das... Gar nicht so schlimm aus. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Das wird jetzt hart wehtun. Ich denke, das wird das schreckliche Teil sein. Also, das wird es wie ein Schuss. Du könntest ein wenig schiefen, du weißt. Oh Gott, das tut so weh. Oh Gott, das tut so weh. Das tut am Anfang vor allem weh. Das war's, Junior. Du bist schwerer als ich, wenn du wunderschst. Ich werde dich mehr als ein Schuss als ich bin. Aber Mann, das ist so nett. Vielleicht wird er nicht so schwer sein. Ich werde mich nicht so schwer sein. Ich werde mich nicht so schwer sein. Ich werde es nicht so schwer sein. für Alvin, um ein bisschen länger zu retten. Wir sollten ihn erholt haben. Wir haben ihn aus dem Camp. Ich werde das denken, jedes Mal, wenn ich Alvin hier sehe. Alvin sollte hier sein, zu erzeugen diesen Mann. Carver ist derjenige, nicht du. Ja, ich glaube. Aber ich kann es nicht helfen, zu fühlen. Ist das eine frische Bandage? Das sieht doch schon viel besser. Ach, seht doch mal. Ein bisschen angeschwollen, noch ein bisschen entzündet, aber das wird ja jetzt wieder... Jaaa. Alles klar. Danke, Sweetie. Ja. Sind wir bereit, zu gehen? So wird das doch was. Sieht aus wie neu, der Gute. Klug. Ja, wir müssen darüber offen reden. Gruppentherapie. Jetzt. Ich finde das nicht in Ordnung. Das ist... Wir dürfen solche Sachen nicht in uns hereinfressen. Das klappt so nicht. Vor allem in so einer kleinen Gruppe. In solcher Gefahr. Da muss man offen miteinander reden können. Oh, scheiße. Wir-Wild. Was ist das? Was ist das? Was entweder Du hast? Das ist das der Ort, den du uns umbennend bist? Er spricht kein Englisch. Ja, gar nicht. Arvo, wir versuchen nicht dich Например zu tun. Wir wollen nur wissen, ob hier die Herzen sind. Das ist das der Ort, den du uns umbennend bist? Die Herzen sind hier? Wie oft soll ich das noch sagen? Wieso bin ich der Einziger? Danke. Danke. Wenn du ihn ein bisschen schlafen kannst. Oh, neben dem kleinen Erwin Junior. AJ! Nein, das war alles du. Oh, er mag unsere Stimme. Das hat sie auch gesagt. Das hat Rebecca auch sonst gesagt. Er hat sich kurz geblieben. Er ist süß. Ja, er ist, nicht wahr? Die meisten Babys sind ziemlich witzig, so schnell nach dem Kind. Das ist wahr. Sie sehen normalerweise wie weine kleine Aliens. Hier, ich habe sie. Komm schon, es ist sicher. Worüber macht er sich Gedanken? Wo führt er uns hin? Was tut er? Was ist sein Ziel? Ich verstehe den Jungen nicht. Ich könnte verstehen, wenn er Rache möchte. Aber ansonsten... Aber so kühl kalkuliert... Was? Heute ist mein Geburtstag. Was? Was? Wie kann ich es sagen? Happy Geburtstag, Luke. Ja, Mann. Happy Geburtstag. Danke. Also, das macht dich... Was? 27? Das ist richtig. Ich erinnere mich, dass du dich erinnerst. Ich bin sicher, dass du viel älter fühlst. Ich bin jetzt älter als ich. Hä? Ich bin jetzt älter als ich. Ich bin jetzt fünf Jahre alt. Ich hasse dich. At least I don't have to worry about paying off them student loans. I hear that. I'm sure there's some asshole sitting on that paperwork waiting to collect. What did you study? Majored in art history. That's cool. Sounds like you majored in working in a coffee shop. Pretty much. Oh, stop it. Das hieß es bei uns aber doch damals. Nein! Das ist so gut. Das ist so gut a time as any. Woher hast du es? Bill kept all the alcohol in the armory. He didn't like people imbibing. What's that mean? Drinking. He didn't think people should drink. Feel a little guilty taking the first... Whoa, wait! You gotta make a toast. I'm not really the... Come on, birthday boy. It don't have to be fancy. A toast means we all got something to drink. Oh, we can just pass the bottle around afterwards. Go on. Das ist okay. Ja, das find ich auch cool. Warum? Ach Mensch. Gleich das heftige Zeug. To the loved ones that we lost along the way. And to the hope that we see them again. Someday. Hear, hear. That was real nice. Yeah? I didn't mean for it to rhyme. Well, I got first watch. I think the fence has got us pretty secure. Can't be too careful. The baby might be cold. Come on, Kenny. Just sit a little while longer. Nah, you stay warm. Clem, let him go. I'm gonna post up over near the hole in the fence there. Holler if you need anything. Thanks, Kenny. Will das Baby nicht beim Feuer bleiben? The fire's real nice. Plenty of room if you want to get warm. Maybe in a bit. I didn't expect her to come back. Just when I thought I got her figured out. She up and surprises. Yeah, does he think? It's a good thing. You saved our ass. I know, I know. I just don't know what she's getting out of all this. We're lucky to have her. I'm glad she's here. Well, she helped us back there. So that puts her as okay in my book. Well, it ain't no secret how you feel about her. Oh, come on. I'm just teasing. It was stupid. I understand. She's a pretty girl. Once you get past all the dirt and guts. I don't know. I guess I just wanted to forget about all this shit for like 10 minutes. 10 minutes? Man, that's longer than I'd last at this point. Was there any kissing? Maybe she came back for you. Could be. I don't know what to say to that. I'd come back for you. You know what I mean. Thank you, Clem. I do the same. Hey, shut up. Don't be modest. Your moves are working on all the ladies. Worked on me. Was? Shit. I just did it too, didn't I? Sorry. It's the drink talking. They say a drunk man talk is a sober man's thoughts. Well, I ain't a man. So they can take that shit somewhere else. Was ich ja nicht so in Ordnung finde, und jetzt das für den Russen, Arvo. Ein schöner Name im Übrigen. Sieh, sieh, ob du Jane und Kenny mit dem Feuer bekommst. Es ist zu kalt, um sie zu draußen zu sein. Oh, und hier. Vielleicht ein Swig von diesem, wird die Mäuze verändern. Aber kurz umsetzen. Und eine Bottle von Rum. Sicher? Der friert doch da fest. Ach, er weint. Wir können ihn doch nicht. Ach, Mann, Arvo. Tut mir ja leid. Also ich finde auch, wir sollten ihn nicht da drüben hängen lassen. Sondern beim warmen Feuer mit. Das ist sonst... Das ist einfach nicht gerecht. Wir müssen dich trinken. Sie erwarten, dass Sie mich dort mit Alkohol holen? Ich wundere mich nicht eine Bottle so lange. Es wird wahrscheinlich schon ein Zeit für alle. Wir wollen Sie einfach nur fühlen. Es ist warm von dem Feuer. Was ist es? Es ist Rum. Ich weiß nicht, es ist vielleicht wunderschön. Ich erwartet nicht, dass ich... du weißt... um dich zu sein. Warum? Weil du es mit Luke gemacht hast? Was bedeutet das denn? Was ist das? Du weißt? Ja, weil ich es mit Luke gemacht habe. Das ist kein Problem. Warum fühlt sich das, dass ich ein kontraktieren oder was? Das ist wirklich gut. Hast du noch einen? Willst du einen? Das ist okay. Uh, ich bin ein Kind. Uh, okay, dann. Soll dich selbst. Ich war nicht zu viel älter als du, als ich hatte mein erstes Bier. Oh Gott, ich war so dumm. Da war ich so dumm. Da war diese Zeit, dass ich in meinen Eltern verbringte, und tranked eine ganze Bedeutung, dieses wirklich süßes, süßes Liquor. Oh, was its name? Das ist dumm. Earthquake, oder... Das war so dumm. Das war so dumm. Das war so dumm. Ich möchte doch nichts von dem rum. Ich möchte doch nichts von dem rum. Ich glaube, ein Deal ist ein Deal. Hier. Oh mein Gott, da hat irgendjemand mal von euch auf die Figur geguckt. Zeit, um es nicht witzig zu machen. Willst du hier sitzen? Nein, das ist... Ich bin gut. Oh, ja. Okay. Wherever du möchtest. Das sagt in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.